Ich bin Andrea Mehlbreuer, ich bin 60 Jahre alt und habe zwei erwachsene Söhne. Ich arbeite für ein Carsharing-Unternehmen. Seit 2004 bin ich Mitglied des Stadtrates, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und zuständig für den Bereich der Stadtentwicklung und Naturschutz. Natürlich die Koblenzer. Sie sind aufgeschlossen, humorvoll und vor allem ist Koblenz bunt. An Orten festgemacht liebe ich die Altstadt mit all ihren Plätzen, aber auch so magische Orte wie den Lützeler Volkspark oder Vorasterstein. Besonders finde ich auch nach wie vor den kleinen, schönen Paradiesgarten an der Kastorkirche. Dort kann ich mich immer noch gut an die Leichtigkeit der Bundesgartenschau erinnern. Kommunalpolitik ist das Herz der Demokratie. Hier vor Ort entscheiden wir, wie wird unsere Stadt heute, morgen und in der Zukunft aussehen. Da möchte ich nach wie vor dabei sein, mitreden, mitentscheiden, so wie in der Vergangenheit grüne Politik umsetzen. Klimaschutz verbindlich festlegen, kompakt wohnen, Fläche sparen, die Stadt durchgrünen, Lebensräume schaffen für uns und für die biologische Vielfalt. Wohnen muss bezahlbar sein, sichere Fußwege und ein gut durchdachtes Radwegenetz. Letztendlich Mobilität. Sicher, sauber, leise, verknüpft, bezahlbar und barrierefrei. Bis zum nächsten Mal.